Und auf nach oben. Ich glaube es soll nicht mit denen reichen werden, aber egal. Gut, ich kann mich auf. Irgend ist menschlich. Menschlich bin ich ja. So. Ähm. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Und nicht lügen. Supi. Nochmal. Lass mal auf. Du schon. Genau. Ich habe vor, ähm, der letzten Folge, muss das gewesen sein, gesagt, ich hätte noch ein, zwei Themen, wo ich ansprechen möchte mit euch. Und zwar, Thema Nummer 1. Oder eher Ereignisse Nummer 1, so muss ich ja sagen. Das sind jetzt zwei Ereignisse. Nämlich. Wahrscheinlich, also bei uns, gerade in der Mannschaft ist immer so, ja, Stahlensprecher und bla bla und blub blub. Ob wir nicht einen Stahlensprecher bei uns in der Mannschaft bald machen könnten. Und es sieht jetzt so aus, damit ich vielleicht am Sonntag oder im Kombi zusammen bei uns im Verein sogar mal einen Stahlensprecher mache. Also, nein, nur ein Stück. Und zwar darf ich dann einfach, dass sie da rumhocken und das Spiel kommentieren. Könnte lustig werden. Könnte lustig werden. Ich freue mich auf jeden Fall schon etwas drauf, also ich hoffe, es kommt zustande, damit wir beides mal ein bisschen machen. Also, sowas ist dann doch relativ witzig immer. Und vor allem mit ihm kann man das, auf jeden Fall, kann man das gut vorstellen. Wenn wir beides machen würden, ähm, ja, wäre auf jeden Fall was Neues, was anderes. Wenn wir beides verletzten, na, bis ich da einen Stahlensprecher machen. Das sind ja beide verletzten, also bei ihm ist sogar noch ein Tick schlummer. Für ihn hat's heiß null Sport mehr, äh, Fußball mehr. Und ich könnte dann auch Glück haben, aber könnte lustig werden, auf jeden Fall. Oh, da oben ist der Mond. Wohin müssen wir denn noch? Und da drüben ist eigentlich nichts mehr. Aber wir könnten einmal dann rüber. Schau mal, damit wir da drüben ein bisschen hinkommen. Oh, da oben ist ein Telerouter. Juhu, holen wir uns doch erst bei einem Telerouter und da von unten ist ein Kristall. Kristallin, Kristall, 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 den holen wir uns doch auch mal. Ah, gibt's. Bam, bam. Bam, bam. Bam, bam. Wap. So, mal Uno. Nö, das ist falsch. Was bist denn du für ein Tierchen? Hm? Ja, schon wieder ab. Hä, ich will doch da hin. Ich will diesen Stein. Wuhu. Und wo habe ich den gesehen? Da unten noch irgendwo, oder? Äh, das wird doch irgendwo da unten gewesen sein. Wo war das? Ah, da unten. Juhu. So, da rüber müssen wir. Schön festhalten. So. Und jetzt lassen wir uns einfach mal nach oben. Kleiden. Au, 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 au. Ja, genau. Das ist einmal am Sonntag mit dem, äh, Steinsprayer. Und dann wurde ich gefragt, ob ich denn, ähm, weil ich bei uns in der Feuerwehr mal angeboten habe, ich könnte eine kleine Bremsation machen. Jetzt gibt es zum Beispiel bei uns so, ähm, zum Sevest, äh, zum Sevest, äh, zum Weinfest hin, gibt es so eine kleine Präsentation, was so über das Jahr bei der Feuerwehr passiert ist. Äh, Übungen, äh, Fest, die angestanden sind, die man zusammen gefeiert hat, und, und, und. Ist alles mögliche. Und, nachdem die letzten Jahre die beiden schon gesagt haben, sie haben eigentlich keine so rechte Lust mehr, das zu machen, habe ich angeboten. Ich könnte es ja machen. So, das war ein bis weg wegen vom Mikro. Und, da wurde ich jetzt nochmal gefragt, ob ich denn auch immer Lust hätte. Und ich sagte, ja, klar, kann ich gern machen. Und jetzt, ähm, darf ich dann ein 10-minütiges Video machen. Ich sage, wenn, dann mache ich gleich ein Video, also. Nichts da mit viel, äh, PowerPoint-Präsentation, sondern gleich ein richtiges Video schneiden. Ähm, und werde dementsprechend jetzt natürlich das Video schneiden dürfen. Mit ein paar Einblicken halt, was wir dies Jahr so... Naja, was bei uns im Ort so war, mit der Feuerwehr. Und... Ja, ich hoffe, das kommt dann überall gut an. Da freue ich mich auch schon drauf. Das sind zwei so Sachen, wo die momentan anstehen. Bei mir nur nebenbei. Nebenbei natürlich dann auch noch meine Schule. Die ich nicht vergessen darf. Und... Ja. Ypsilon. Wovor ist der Stift? Hm. Auf jeden Fall gibt's hier ein Ypsilon. Ja, dahin wollte ich jetzt nicht, aber egal. Ich hab nicht da unten... Da hab ich was gesehen. Nö, da gibt's auch nix. Nö, da gibt's auch nix. Yippieieiei. Ah, genau. Auf jeden Fall, das steht jetzt auch noch. Und das werde ich wahrscheinlich... Ah. Achse. Dieses Video werde ich wahrscheinlich, ähm... morgen mal ein bisschen anfangen. Mal schauen, wie das dann wird. Juhu. gelmişen. ohohohohoho. Höher, 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 höher... höher, 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 höher. Wow, schießt sehr weit hoch. tja ein satz mit x das war wohl nix in der höhe zu gewinnen dann gehen wir eben dahin werden da langsam wieder hoch sind wir auch schon die route so da bist du eigentlich auch so apport ich weiß es gerade nicht davon ist aber nur eine also muss auch irgendwo nur eines sein rein zu von der logik her sie ist einfach mal nach oben so genau das werde ich wahrscheinlich morgen auch mal so ein bisschen mann diese präsentation ist wieder zu gestalten und dann schauen wir doch mal weiter so ja ich bin leicht verplant ich weiß nicht wohin doch dann lieber ja gut dann eben doch darüber weil wir nicht jetzt schon was wir schauen das müsste jetzt die sechste folge sein was ich heute aufnehmen und ich weiß jetzt möchte ich nicht mehr was ich sonst noch so an schmalen aus meiner allgemein an solch halt nur sagen könnte nicht mehr weit 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 schaffen nicht schaffen nicht schaffen nicht schaffen ich schaft schaft mal du sie